Hallo, hier ist euer Silberfuchs mit einem Thema, das recht ernst ist. Und während ich das euch erzähle, habe ich euch hier zum Anschauen ein paar süße, putzige Panda-Bären, damit ihr was Nettes als Kontrast zu der Geschichte zum Anschauen habt. Das sind die linken beiden offizielle China Panda von 2015 und 2018 in der Mitte. Das ist die neue Ausgabe von Niu, die letztes Jahr verausgabt wurde. Und die beiden rechten, das sind die von der Berliner Münze, das sind Medaillen, keine Münzen. Das nur damit ihr wisst, was ihr vor euch habt. Und jetzt komme ich zum Kern der Sache. Und zwar habe ich jemanden in meinem Bekanntenkreis, der nimmt es ein bisschen zu sehr ernst mit der ganzen Problematik, mit der wir zurzeit leben. Ich meine, wenn ihr euch dafür interessiert, euer Vermögen in Silber und Gold und anderen Edelmetallen anzulegen, dann gehört ihr zu der kleinen Minderheit, die nicht in ihrer schönen Seifenblase lebt und die rosa Brille aufhabt. Ihr wisst, dass irgendwas im Argen ist und wollt euch absichern. Sei es jetzt finanziell, falls ein Crash kommt oder sei es jetzt, falls eine andere Krise kommt. Oder einfach auch fürs Alter, weil es mit der Rentensicherung auch nicht mehr weit her sein wird in kommenden Jahrzehnten. Und dann gibt es natürlich auch noch dieses hochsensible, politisch korrekte Thema der Zuwanderung. Und da habe ich eben jemanden aus meinem Bekanntenkreis, der hat da geistig, glaube ich, den, wie soll man sagen, er hat einfach hingeschmissen. Der ist fest davon überzeugt, dass wir in ein paar Jahren überrannt werden, entweder, keine Ahnung, gewaltsam durch Aufstände von Migranten oder dass wir nach und nach aussterben. Und den hat das dermaßen gefesselt, also der lässt praktisch sein, der, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, weil das mich auch so betroffen macht, der lässt sich sein Leben praktisch komplett versauen davon. Der denkt an nichts anderes mehr und schaut nur noch online auf solchen Seiten und ist kaum noch fähig, sein normales Leben zu führen dadurch. Und das wirklich Traurige ist, dass er Frau und zwei Kinder hat. Und bei dem kann man, ist auch mit Worten nichts mehr zu retten, also ist wirklich eine ganz traurige Geschichte. Und wegen diesem Beispiel möchte ich mich auch an euch wenden, weil ihr macht euch ja Gedanken, aber ich möchte auch an euch appellieren, lasst euch nicht das Leben komplett versauen davon, dass ihr seht, es gibt Probleme und die Probleme werden nicht besser werden in den nächsten Jahren. Lebt euer Leben und macht das Beste draus, genießt die Zeit. Keiner weiß, ob es in einer Woche oder in zehn Jahren in den Bach abgeht. Aber wir haben ja schon mal den Vorteil, dass wir ein Stück weit mental darauf vorbereitet sind. Die große Masse, die wird das komplett aus heiterem Himmel treffen. Und wir wissen nicht wann und was passiert, aber wir wissen das, was passieren wird und das ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber dem Großteil der Bevölkerung. Ich möchte jetzt auch kein Untergangsprophet hier sein oder so, aber ganz neutral und sachlich die Sache halt ansprechen, wie es ist. Und wenn ich halt solche Fälle sehe, wo halt wirklich man sein ganzes Leben nur noch davon bestimmen lässt und sich sein Leben praktisch komplett versaut dadurch, da ist ja auch keiner mitgeholfen. Das war's nur, was ich heute loswerden wollte. Euer Silberfuchs Ich weiß, was ich heute loswerden wollte. Untertitelung des ZDF, 2020